An der Rheinischen Fachhochschule Köln bieten wir Studiengänge in den Bereichen Ingenieurwesen, Medien, Medizinökonomie und Gesundheit sowie Wirtschaft und Recht an. In all diesen Studiengängen legen wir einen großen Wert auf die Verknüpfung von Theorie und Praxis. Und aus diesem Grund betreiben wir an der RFA neben Instituten und Laboren auch eine Studentenwerkstatt, die wir Poolhaus nennen. Im Poolhaus können Studierende aller Fachbereiche eigene Ideen ausarbeiten und umsetzen. Auch veranstalten wir Vorlesungen im Poolhaus. So lernen die Studierenden unter der Anleitung von erfahrenen Dozentinnen und Professoren das erlernte Wissen in die Praxis umzusetzen. Das Poolhaus bietet uns die Möglichkeit, die theoretisch erlernten Inhalte praktisch anzuwenden. Insgesamt gesehen ist die Atmosphäre hier sehr angenehm. Wir haben super kompetente Ansprechpartner, auch Professoren und wir haben uns jetzt entschieden, eine Cocktailmaschine zu bauen. Das war ein relativ entspanntes Projekt und haben das innerhalb von einer Woche umgesetzt bekommen. In meinen Veranstaltungen nutze ich das Poolhaus, weil man hier sehr anwendungsorientiert lernen kann. Das heißt, die Studierenden konstruieren und entwickeln etwas und setzen das dann mit unserer Unterstützung direkt in die Praxis um. Im Projektkonstruktionsprojekt hat unsere Gruppe sich überlegt, einen automatisierten Benüplattenwäscher zu entwickeln und mithilfe unseres Professors und des Poolhauses konnten wir so unser Prototypen zusammenbauen und entwickeln. Eine enge Zusammenarbeit in Kleingruppen ermöglicht einen intensiven Wissensaustausch und steigert die Kreativität und die Kompetenz im Umgang mit modernen Methoden und Technologien. Auch wir aus dem Studiengang User Experience Design nutzen das Poolhaus. Hier arbeiten wir gerade an einem Projekt für das Fach Informationsdesign. Mithilfe des Lasercutters und vielen anderen Maschinen und Werkzeugen des Poolhauses, können wir unsere Ideen präzise und schnell umsetzen können. Wir verfügen über eine umfangreiche Ausstattung. So haben wir zum Beispiel einen Laserschneider, mit dem man sehr schnell Bauteile herstellen kann. Wir haben mehrere 3D-Drucker, mit denen man geometrisch komplexe Bauteile herstellen kann. Und wir verfügen über verschiedene Zerspanmaschinen, damit du hier auch drehen und fräsen kannst. Darüber hinaus bieten wir natürlich ein großes Sortiment an Handwerkszeugen, so dass du deine Bauteile auch händisch vollenden kannst. All diese Ausstattung kann von den Studierenden genutzt werden. Hierbei helfen die Dozierenden, sie in die Handhabung der einzelnen Maschinen und Geräte einzuarbeiten. Durch die EFH haben wir gelernt, wie wir Produkte nutzerfreundlich gestalten und umsetzen. So können wir unsere Ideen unmittelbar testen und lernen schnell, welche Punkte wir verbessern müssen. Die Anwendungsorientierung macht unsere Absolventinnen für den Arbeitsmarkt besonders interessant, weil sie die Fähigkeit erworben haben, nicht nur theoretische Konzepte zu entwickeln, sondern diese auch unmittelbar in die Praxis umzusetzen. Durch die professionelle Betreuung hier im Poolhaus haben wir schnell gelernt, Maschinen wie den Lasercutter selbstständig zu bedienen. Das ist für uns Studenten natürlich total super, da wir jetzt flexibel arbeiten können. Es ist eine sehr schöne Atmosphäre hier. Wir können hier in Ruhe unsere Projekte entwickeln und einfach Student sein und so die verschiedenen Sachen ausprobieren. Das Werkzeug, das ist auch immer zur Hand und auch die Hilfe steht immer zur Verfügung, wenn wir hier vor Ort sind. Ja, wir fühlen uns sehr wohl, sehr gut aufgehoben und es hat uns sehr viel Spaß gemacht, hier im Poolhaus zu arbeiten. Wenn du wirklich lernen möchtest, wie du in deinem Beruf erfolgreich sein kannst, dann studiere bei uns an der Rheinischen Fachhochschule Köln. Hier lernst du Theorie und Praxis. Rheinische Fachhochschule Köln. Studieren mit Praxisbezug. Rheinische Fachhochschule Köln. Das ist ein sehr, sehr leichtes dragez. Rheinische Fachhochschule Köln. Rheinische Fachhochschule Köln.